Hallo und herzlichst Willkommen zu einem neuen, oder zu dem ersten, ich muss es mal richtig formulieren, Community Stream in Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bin jetzt hier in Netzwerkmodus und würde einfach mal auf Help A gehen, nur für Jäger mit demselben Ziel, ich denke das passt ganz gut für uns. Also, Raum 13 Help A, ich kann leider eure Kommentare noch nicht lesen, weil mein Laptop noch momentan rumspinnt, der musste unbedingt noch ein Update machen, bevor es jetzt losgeht. Der dachte sich, ach komm, nerven wir mal. Theoretisch ist er fertig, aber er lädt immer noch beim Hochladen. So, deswegen erstellen wir einfach mal einen Raum, äh, Raum, Name, also muss ich irgendeinen geben. Boah, ich hasse das auf dem Video, dass man immer wieder hoch und runter gucken muss, ich gucke immer auf den falschen Bildschirm. Ähm, man kann auch die englische Taste dazu machen. Nice. Okay, dann nennen wir den Raum einfach mal Stream. Ja, am besten noch richtig schreiben, das wäre am besten. Nein, shit. So, Stream. Groß deos Nemesis. Ich habe mit meinem Charakter, den ich hier spiele, noch nicht allzu viel gemacht. Besser gesagt, noch nicht eine einzige Quest. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich mir meine Kampfskills jetzt recht gut... Och, maximale Anzahl von Buchstaben 18. Okay. Warte, dann noch was anderes. Stream, sieh nur. So, wie ich sehe, ist eh noch keiner da, das heißt, es ist scheißegal, ob ich mir Zeit da so oder nicht. So, Stream, Sino. Ich weiß, es passiert für euch gerade nichts, aber für mich ist das die höchste Anstrengung. So, du hast die maximale Anzahl, wenn wir das Zeichen überschritten. Boah, mehr Zeichen wecken machen. Oh, wir geben euch ein Zeichen. So, passt genau. Dann Ziel. Alle Nibelsnauf. Ja. Das ist ein H4 Poker verpickt, normal. Okay, ich sehe gerade auf meinen Laptop, Updates werden verarbeitet, 35%. Okay. Wir machen alles, was so kommt. Kommentar, entspannte Jagd, Chat und Jagd. Ich suche keine Experten, ich suche Freunde. Suche seine Rohstoffe, kein Spielchat. Spielchat, Fun, Freestyle-Jagd. Mit Freunden, ihr seid ja eigentlich meine Freunde. Maximal 4. Passwort machen wir ganz einfach. D-N-X. Alles groß geschrieben. So, okay. Das darf ich nicht vergessen, wenn nachher doch jemand zuguckt, dann muss ich sagen, Alter, hier sind wir. Ey, sehr schön. Nein. Nein. Oh, es gibt einen Chat. Cool. Ähm, Sucheinstellungen. Zeigen. Und erstellt einen Raum mit den aktuellen Einstellungen auf uns geht zur Promenade. Ich weiß noch, ey, ich sag nicht, was anders ist. Das erste Mal, dass ich online spiele. Ich gebe es offen zu. So, jetzt kann ich anfangen, auch wohl im Chat zu lesen. Äh, da, da, da. Scheiße, Passwort. Eingegeben. Ich glaube, es muss mir auch sonst nicht laut vorgesagt. Ah, ja, ich muss auch noch über die ganzen Typen reden. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das hier jetzt zu machen, bis die ersten hier reinkommen. Ähm, dort reichste Ausbilder. Der gibt mir eigentlich immer einen Penny. Ich sag's euch, der gibt mir gleich einen Penny. Passt auf. Ah, du hast gerade den besten Wanderer-Jagd-Ausbilder der Welt gefunden. Muss dein Glückstag sein. Ganz kurz, ich muss ein Laptop noch einrichten. Ich war mal ein armer Schlucker wie du. Reiste von Dorf zu Dorf und verdiente Geld als Ausbilder für müchtige Anjäger. Jeden Tag überlegte ich, wo ich die nächste Mahlzeit bekomme. Geld macht's vielleicht nicht glücklich, aber satt. Und dann hörte ich von dieser Ehe einmalige Gelegenheit. Es heißt, dass man hier im Hafen billige Getränke bekommt. Falls in meiner Verhandlung gut laufen, winkt neue Reichtümer. Vielleicht benenne ich meine Villa nach dir. Okay, schön, dass du die Villa nach mir benennst und nicht nach der Stadt, wo du reich wirst. Ja, ich weiß, ich muss ganz kurz wiederherstellen klicken. Muss ja theoretisch das alles schon von selbst machen. Und wir reden das halt mal mit... Oh, die Hausjero-Omi. Schön, dass es die hier auch wieder gibt. Hallo, du traust es mir vielleicht nicht zu, aber ich habe meine Waren der ganzen Welt verkauft. Ich habe einen Sack voller Waren, die hier nicht leicht zu finden sind. Also sag mir ruhig, wenn dir irgendwas gefällt. Einmal mache ich tolle Geschäfte auf meinen Reisen. Also komm, häufig vorbei. Ich mache dir gute Angebote. Und jetzt sei so gut und sieh dir meine Waren an. Ja. Haben, leider. Wenn man bedenkt, dass ich noch überhaupt nichts habe, ist es doch schön, dass man hier Scheiße kaufen kann. Fuck yeah. Platz für ich Psychoserum. Teleporter habe ich glaube ich gerade noch gesehen. Okay, also alles, was so irgendwo wichtig ist. Jetzt kann ich auf mein Dashboard gehen. Und jetzt sehe ich auch wirklich alles, was ihr so in den Chat schreibt. So, eigentlich müsste ich jetzt erstmal warten, bis hier Leute reinkommen. Also, äh, 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 kann ich das nicht irgendwie reinschreiben? Scheiße, warten soll ein bisschen mal zugucken und sagen, wo wir hingehen. Ah, schlecht gemacht. Ganz, ganz schlecht gemacht. Vor allem, weil das Passwort mit DNX nicht zwangsweise allen klar ist. Wahrscheinlich. Ach man, ich bin auch echt irgendwo ein bisschen verpeilt. Typisch. Gut, dann machen wir es anders. Ähm, faire. Wir gehen nochmal auf Schnellreise zurück zur Lobby. Ja, ähm, dann mache ich kein Passwort rein und hoffe einfach, dass nur jeder von euch reinkommt. Also, ich stelle jetzt einen neuen Raum. Leute, alle, die mitmachen wollen, geht's aufpassen. Jetzt wird's wichtig. Wir sind 13, help. Ah, Lobby 1. Vermutende Spieler ich. So, wir stellen einen Raum. Natürlich wieder, das ist man, dass ich... Na komm, schreiben wir sich meine Stärke. Ihr habt jetzt Zeit, euer Spiel zu starten. So, Sino Stream. Da weiß auch jeder, dass er drin ist. Okay. Ähm, alle... Nicht jeder ist willkommen, sondern... Unser Freund Day. Okay, vier Soreinstellungen, das zeigen wir. Passwort ist mal weg. Und ich gehe mal wieder... Ich gehe mal zur Taverne, weil wir da jetzt noch nicht drin waren. Und hoffe, dass das jetzt bei allen passt. So. Leute, ich brauche welche, die reinkommen. Und ich mache mal mein Pad an. Ich glaube, hier rüber ist dann der Lautsprecher. Ja, Mikrofon kann ich hier aus- oder anmachen. Hört man sogar. Ah, cool, cool. Ich muss die Frage, dass nicht jemand reinkommt, mit mir zu reden. Ich weiß, ob ich den höre oder nicht. Okay, ich kann auf jeden Fall schon mal mit den wichtigsten Personen hier reden. Boah, das klappt mal, ey. Willst du dich als Jäger registrieren? Sehr genau richtig. Ups, Schilligong. Ja, weil das Bildenmeister macht durstig. Braucht viel Koffein, um Jäger zu versammeln. Koffein. Hafentanzeer ist bei Händlern sehr belebt. Aber in letzter Zeit überwegen die Jäger. Das ist ihre Operationsbasis. Ich starte wurde von Leuten, die wir erbaut. Jetzt musst du... Je mehr du jagenst, desto mehr wachst du und desto besser ersetzen. Wir gegen die Leute sind immer für dich da. Ja, schön, dass ich mich merken, was mein Laptop. Ach, auch gegen die Erkennung. Wir gegen die Leute sind immer für dich da. Verbesserer einfach deine Fähigkeiten und geh erfolgreich jagen. Aber kein Grund zur Panik. Zieh dich für das Erste einfach um und mach mich in allem vertraut. Oh, noch was. Siehst du den Gong hinter mir? Er ist ein ganzer Stolz, der Gelder. Wenn du ihn schlägst, rufst du Jäger aus dem ganzen Land hierher in diesen Hafen. Es geht nicht über einen Jachtersklub mit Freunden. Dabei kannst du jede Menge lernen. In deinem eigenen Meerspielerhafen kannst du den Gong jederzeit schlagen. Sein Klang ist Musik für meine Ohren. Es gibt noch viele weitere Regeln und Rituale. Zieh in deinem Jäger-Notizen nach, um die Details zu erfahren. Ahem. Hiermit erkläre ich dich offiziell zu einem Jäger dieser Stadt. Mach unseren Namen keine Schande, ja? Bleh. Schreibe heute dein Jäger-Neue-Tagebuch. Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Stolpere nicht. Ja, genau das bin ich gerade dabei zu stolpern. Bei ihm und es noch ist keiner von euch drin. Also, ich sag's noch einmal durch. Help A Lobby 1. Sinostream müsste der Raum heißen. Wenn ich alles richtig gemacht habe. Thank you, richtig. Gut, dann können wir nochmal weiterlesen. Ich hoffe, dass du mit drei kommst. Das muss ich die Feste alleine machen. Okay. Wir machen das Ganze offiziell. Wir kommen am Quest-Schalter. Eine Registrierung ist reibungslos verlaufen. Jäger kommen an diese Schalter, um Quests anzunehmen. Die Gälde hält die unterschiedlichen Jäger-Jagd-Empfragen. Wir kümmern uns in erster Linie um Quests für Gruppenjäger. Also sei immer nett zu anderen Jägern. Alle Quests haben einen Schwierigkeitsgrad. Du erkennst ihn an der Anzahl der Sterne, die eine Quest hat. Quests mit einem oder zwei Sterne sind Quests mit niedrigen Rahmen. Quests mit drei bis fünf sind hochrangige Quests. Die sind schwieriger als die mit niedrigen Rahmen. Logisch, oder? Kein noch für den Streik-Szenen. Und es gibt sogar noch Schwierigere auf der Gildenmeister. Aber der Gildenmeister sagt, dass davon schon ewig keine mehr reingekommen sind. Einer Quest mit einem oder zwei Sterne kann jeder beitreten. Die sind super für neue Dinge und die Monster sind halb so wild. Um einen Quest anzunehmen, muss der Jäger-Rang mindestens der Anzahl der Sterne der Quest entsprechen. Fällt gerade auf, halb so wild ist doppeldeutig. Das heißt, jeder Jäger mit Jäger-Rang 1 kann mit Jäger-Rang 1-Sterne, ja, wir haben es verstanden. Dein Jäger-Rang zu erhöhen ist ganz leicht. Schließe zuerst eine gewichtige Quest mit deinem aktuellen Jäger-Rang ab. Anschließend wird dich die Gälde bitten, eine dringende Quest abzuschließen. Schließe die dringende Quest ab, damit der Jäger-Rang um einen Punkt schleift. Das kennen wir ja schon. Verstanden? Und so geht es immer weiter, bevor du dich versiehst, bist du auch schon ein Elben-Liebze-Jäger. Du hast dich gerade erst registriert, also beginnst du mit Jäger-Rang 1. Ihr Jäger-Rang-Neunige seid immer so hoch motiviert. Oh ja, ich brenne vor Motivation. Ehrlich gesagt bin ich selbst neu hier. Es bin aber schon nicht mehr motiviert. Aber ich gebe mein Bestes, um dir die besten Quest anzubieten. Viel Glück da draußen und weint man Teil auf der Jagd. Oh genau, ich habe auch die Events-Quest runtergeladen. Aber ich glaube, wir fangen lieber erst mal mit Stoff 1 an. Die kann ich nur, falls auch noch alleine machen. Ich habe noch keine einzige Quest gemacht. Muss ich jetzt mal so sagen. Ich habe auch noch mit Bogen noch nie gut gespielt. Und weiß nicht, ob so ein Guro-Peku da schon der perfekte Anfang ist. Ich suche eine große Jagd, verdammt nochmal. Ich kann das Spiel doch noch nicht. Ähm, also jetzt dezent kacke. Dann nehmen wir die andere Latein mit dem Bogen, den ich hier habe. Und dann wird das schon irgendwo passen. Ich wäre echt froh, wenn endlich mal einer von euch reinkommen würde. Also nochmal, Durchsage. Help A Lobby 1 Sino Stream. Mit Verrind den Spielen. So, das habe ich denn alles so. Ja, wie ihr seht, ich habe direkt nach dem Display bin ich hier eingegangen. Und mit Display bin ich da, dass ich gerade die erste Quest annehmen kann. Pilze sammeln. Ich bin nur gut für Pilze sammeln. Für mehr nicht. Also ihr erwartet nicht so viel von diesem ersten Stream. Ist wahrscheinlich ein bisschen falsch platziert, aber egal. Ähm. Na gut, es kommt keiner rein. Also. Oder? Fangen wir mal an. Mensch, Leute. Also ich weiß nicht, wie viele von euch geschrieben haben. Och, ich will endlich mal mit dir spielen. Jetzt spiele ich und keiner ist da. Ah, wisst ihr, wie verarscht ich mir gerade vorkomme? Och, perfekt. Ich liebe es. Blapapapa. Ich liebe es. So viel Zeug für mich. Alles nur für mich. Och, wie geil ist das denn? Danke, das nehme ich. Hey. Könnte ein richtig geiler Schlager werden, denke ich. So, wir haben hier noch Minion 2 Vorrat. Giftmesser werden mir auf jeden Fall auch helfen, sobald ich mit denen treffe. Null Bären und her mit der Karte. So, und da ich sonst auch noch genügend Platz frei habe, kommt ihr auch mal mit. Ich habe auch noch keine Beschichtung. Ich habe auch vorhin keine Beschichtung gesehen beim Kaufen. Ich habe mir wahrscheinlich ein bisschen was geholt. Hm. Äh. Och Mann. Also Zarok, beim Stream mit dabei, würde sehr gerne spielen, aber hat keine Wii U. Okay, dann dir mache ich keinen Vorwurf. Du hast dich wenigstens gemeldet, hast eingeschaltet. Sehr schön. Und ja, du siehst jetzt mal zu, wie ein echter Jäger das auf keinen Fall macht. Ich muss noch mal sagen, weil ihr habt es ja noch nicht gehört, ich kann mit Bogen normalerweise gut umgehen, aber ich habe den halt eben noch nie mit dem Wii U Gamepad gespielt und damit ist er durchaus ziemlich unhandlich, wie mir jetzt ein weiteres Mal auffällt. Ich habe bisher nur gegen Giggis gekämpft, also diese kleinen Giggis, kein Gigginox, aber das ist mein allererstes großes Monster. Deswegen meine ich ja, ein großer Giggi wäre besser. Und mein Ausdauer ist schon der, aber ich habe ja einen Kräschbiss mit, das heißt ich kann mir selbst was verraten. Das ist doch schon mal sehr schön. Gab sich hier auch die automatische Zielhilfe? Warte, dann müsste ich die noch irgendwie anmachen. Ja, warte, warte, ich habe den Punkt gefunden. Ha, mit Ton? So, jetzt habe ich die automatische Zielhilfe. Jetzt müsste es einfacher werden, wenn ich nicht nur Ziel will, sondern auch in die Richtung gucke. So, nicht mehr flot. Und da ich auch mit Bogen wahrscheinlich recht wenig Schaden mache, vor allen Dingen ohne Kraftbeschichtung, könnte auch das nochmal ein Faktor sein, das Ding etwas länger werden zu lassen. Oh, da habe ich endlich mal getroffen. Was für ein schönes Ereignis. Was für ein super schönes Ereignis. So, vielleicht geht das Ding so, ne? Ah, ja, okay. So ist ungefähr die Reichweite. Perfekt. Wenn ich nicht ziele. Bei mit Zielen muss ich drei Finger auf einer Hand benutzen. Und das ist nicht so meine Stärke. Noch nicht. Und deswegen mache ich es einfach mal so, weil er da nicht zurückgeht. Also, ich muss eigentlich. Also, das mit den Zielen ist echt ziemlich bescheuert gemacht. Aber gut. Ich habe immerhin bisher nur recht wenig daneben geschossen. Und da bin ich schon echt froh drüber. Ja. Das ist auch mal wirklich mein erstes Monster Hunter, was ich durch den Line Blitz playe. Also, nehmt mir nicht zu übel, wenn ich hier nur Scheiße mache. Was halt gerade eindeutig der Fall ist. Meine Freundchen. Ich meine, ich weiß nicht mal, was der Bogen so drauf hat. Also, für Schüsse. Und das ist schon, ich denke, eindeutig gut. Aber es läuft doch eigentlich gar nicht so schlecht, wo man denkt, dass ich echt alleine mit Bogen spiele. Und das ist mein erstes Monster. Wuhu. Endlich mal gestackert. Nach ungefähr fünf Minuten. Aber ich denke, das wird auch im Nachhinein noch besser. Da kommen nämlich solche Schüsse hier nicht mehr vor. Da treffe ich dann mehr so 360-Low-Skill-Shots. Ne, warte. No-Scope-Shots. Ja, jetzt das gleiche Mensch. Na komm. Ja, hab ich immer mit dem Tailor erwischt. Ich weiß genau, dass es in TRI eine Armpus-Munition gab, die Schneiden hatte. Ich weiß nicht, dass es in TRI eine Armpus-Messer gibt. Deswegen frage ich mich, ob es vielleicht auch verbogene Beschichtung geben könnte. Es wäre richtig geil, wenn man da mal was abschießen könnte. Ach genau, ich habe noch ein Giftwurf-Messer. Die sollten mit der Zielhilfe eigentlich echt einfach zu klappen sein. Ich gebe zu, ich weiß noch nicht einmal, mit welcher Tast ich Items benutze. Ha, gefunden! Juhu! Meister Lightroom! Ich kann Items benutzen! Und wahrscheinlich sogar treffen. Juhu, er ist vergiftet. Perfekt. Ziel erkannt, Problem erkannt und Problem gebannt. Oh, ja. Robots Follow-Win. Also nicht EIN' Robot, obwohl der Film auch ganz cool ist. Der Disney Film. Nein, du, mein Freundchen! Moin kann ich noch! Und wenn die Ausdauer nicht los ist. Komm schon! Mann, beinahe, die Kopf getroffen. So, jetzt müsste es aber... EIN' Treffer auf ihn in den Niederweseln. Oh mein Gott, er ist wütend! Wuhu! Ihr macht ein Fortschritt! Ich kann mich beinahe nicht richtig freuen. Egal! Wir machen trotzdem Fortschritte! Ich wette, der Größte von euch, der mit uns spielen will, guckt erstmal, wie ich mich anstelle. Und entscheidet danach, ob er mitspielen will oder nicht. Ich meine, das ist der erste Stream. Es ist klar, dass hier nicht die große Fest kommt. Und dann werde ich ja alles mit euch durchspielen. Oh, ne, ne, ne! Shit! Ich hoffe mal, dass dann so bei Sachen wie Demojo oder John Moran doch 1, 2 mehr durchfragen wird. Das werde ich sehr begrüßen. Ciao! Ich sehe gerade einen Kommentar. Also mit Armbrustbogen hatte ich noch nicht was drauf. Ich sehe, selbst wäre ich jetzt krüß und mache es jetzt nicht mit einer. Hat einmal 4 für PSP und einmal 3 für V. Okay. Ja, also Armbrust. Und mit Armbrust und Bogen hatte ich zumindest bei... Okay, ich trenne es mal. Bei Unite habe ich mit Bogen alles schon mal durchgespielt gehabt. Also, fast alles. Reicht zu sein. Und bei Try habe ich wirklich all diese Armbrust gemacht. Allerdings ist das hier eben Try Ultimate und da ist die Stauung nochmal wesentlich anders. Vor allem wegen dem Gamepad, was mich schon ziemlich aus der Fassung bringt. So ein großer Klotz ist einfach nicht so hartlich wie eine schöne kleine PSP. Vor allen Dingen die Bogenstörung ist ziemlich komisch. Besonders für Ninja Sender. Aber ansonsten wäre ich mich da schon irgendwie dran gewöhnt. Nicht wahr? Mein Freundchen. Schade. Nein, ich habe ja kein Getränk. Doch, ich habe kein Getränk. Nein. Mein Gott. Nicht. Shit. Mir fehlt ausreichend bis 2. Mir fehlt ausreichend bis 2. Ah. Wird euch eigentlich schon mal ein geiler Bart aufgefallen? Ne, noch nicht. Dann schaut mal jetzt genau hin. Ich meine, der sticht einen doch förmlich ins Gesicht. Obwohl er ja eigentlich im Gesicht sticht. Aber trotzdem. Der scheint rauszukommen. So. Haben wir ja gemerkt, wenn wir Items benutzen. Sagen wir mal, ist die Leistung jetzt länger als bei Try? Oder einfach nur kleiner dargestellt? Ne, okay. Die ist genau so lang. Also mit 2 Rationen. Aber wesentlich kleiner dargestellt. Oh man. Könnte man da rechts oben ja beinahe noch irgendwas hin machen. Vielleicht kommt ja noch was. Eine größere Karte oder so. Okay, ich darf noch 2 mal sterben. Und er war schon einmal wütend. Ah, okay. So, wir zum Thema. Die Monster sind nicht so wild. Wo ist er jetzt hingegangen? Aber dort im Wasser sehe ich ihn gerade nicht. Ich hoffe auch, dass er nicht ins Wasser geht. Denn Bogen ist im Wasser etwas langsamer als an Land. Wegen dem höheren Widerstand. Und ist er hier? Ne. Ich habe zumindest nicht die Möglichkeiten anzuvisieren. Ist das ein Gobul? Oder einfach nur ein Stein? Ah, okay. Es ist ein Holzstück. Huh! Schwein gehackt! Es war zwar... Es war zwar... Jetzt blockt mich doch mal nicht. Es war zwar kein dangerous Zeichen da. Aber man weiß ja nie mit was einem so ein Monster Hunter noch beglücken will. In jeder 1 Quests. Da sind zwei Schmetterlinge. Ich denke, man kann Killerkäfer bekommen. Uh. Okay, vielleicht ist er hier hingegangen. Wenn nicht, dann müsste ich mal die Wassergebiete durchgucken. Ja, hier gibt es noch Wasser. Ach man. Bei Polo Bessert war alles so schön durch Sumpfland ersetzt worden. Und hier ist es wieder nass. Komplett nass. Ah, ich könnte abbauen. Kann ich abbauen? Yeay! Also, ich sollte mich lieber auf die Quest konzentrieren. Ich habe nicht so viel Zeit. Ach, er kommt zu mir. Perfekt. So. Bäm. So trifft man nicht. Ach, jetzt hat er auch noch rote Augen im Wasser. Ist klar, Mann. Ist klar. Warum auch nicht. Jetzt lasse ich mir ganz kurz durch. Ich habe mit meinem geilen Unterwasserbogen. Mit dem ich überhaupt nicht unter Wasser zielen kann. Ja, okay. Jetzt drehen es natürlich auch langsamer. Jetzt visiere ihn doch mal an, Mensch. Wenn ich anvisieren drücke. Oh. Okay, ich mache einen Nachkampf. Entsche... Entscheidung ist gefallen. Ich bin Sieg gegen den Nachkampf. Jetzt treffe ich ihn öfter. Oh, okay. Ich bin gerade von mir selber angenervt. Ich glaube, ich probiere dann doch mal lieber die anderen Waffen noch mit aus. Weil die jetzt so im ersten Stream... Mal gucken, was es noch so gibt hier. Ähm... Ich habe schon einen dicken Fire reingedrückt. Aber er scheint immer noch flüten zu sein. Zumindest den Augen zu folgen. Das gibt es doch nicht. Macht der jetzt mich echt fertig. Au. So hatte ich das eigentlich nicht geplant. Ach man, ich wollte es irgendwie schlucken. Oh. Habe ich... Nein, ich habe... Nee, ich habe die Dorm nicht kaputt gemacht. Nein, ich glaube nicht. Das hätte ich gemerkt, hätte er geweint. Ich glaube, ich mache ihn so platt. Das ist am einfachsten gerade. So direkt aus der Nähe. Für die Sixties, One-Eighties und No-Scopes. Aber ja, aus Entfernung treffe ich halt nicht. Und da er theoretisch nicht so wild sein soll, hat zumindest die Doof-Chefin gesagt. Ja, nicht Doof-Chefin. Die Quest-Chefinchen. Schnuckisch in an der Bar. Sollte er ja trotzdem machbar sein. Auch aus der Nähe. Hoho. Endlich mal ein Skill-Shot. Wenn man es so sagen will. Ah, das fliegt so lange. Vor allem, wenn ich so schieße und anvisiere, dann geht es jetzt nicht. Okay, das heißt hier muss ich zielen. Ne, gut. Sehr schön. Ich habe Monster Hunter Freedom United, Monster Hunter Troy erst mal mit Hammer durchgespielt habe, aber immer wieder kurz auf Landschläge gewechselt. Weil ich niemanden hatte, der mir Schleifkarten helfen wollte konnte. Also als Frage, Wunschrüstungen. Ich habe mich eigentlich auf Rüstungen nie so wirklich konzentriert. Für mich waren eher die Waffen wichtig und dann der daraus kommende Skill. Wie du siehst, war es nicht gerade erfolgreich. Aber trotzdem war das eigentlich immer mein Plan gewesen. Deswegen habe ich auch keine Wunschliste. Aua. Allerdings habe ich Wunschfähigkeit. Ach Mensch. Jetzt nervt doch nicht. Ganz schnell die Waffe. Ganz. Nein. Rennen wir auf der anderen Seite. Ähm. Und zwar habe ich so als Fähig gerne Fähigkeit im Nahkampf. Das. Ähm. Warte kurz mal das Vieren. Schnell schärfen und ausweichen. Also ausweichen auch als Fernkämpfer. Schnell schärfen als Fernkämpfer eher nicht so. Weil das ist so die Fähigkeit, die ich gerne auf der Rüstung habe. Weil die halt eben echt hilfreich sind. Ansonsten halt Schärfe bloß eins und der Standard-Nachkampf kackt. Den finde ich auch immer ganz geil. So schön wie der immer wieder kuscheln kommt. Der kann einfach nicht von mir ablassen. Der muss immer an meiner Seite sein. So jetzt muss ich ziel. Au. Oh. Friss mich doch, du kleines Loch. Ich weiß auch nicht wie viel stärker der Antrieb ist, wenn er nicht explodiert. Ah. Sehr schön. Hier war die Gebietsgrenze. Gut zu wissen. Vielleicht gleich mal noch eine erste Hilfwartschneid schlucken. Ich habe mir jetzt doch noch gemerkt wo das Item zu nehmen ist. Oh. Vielleicht wäre Guru Peku doch besser gewesen. Ja. Ich will jetzt ein Land kämpfen können und nicht an Wasser. Im Wasser. Ja. Man kann denn auch wissen, dass so ein Königsbetroff oft im Wasser ist. Es ist ja unverständlich Headshot in your face. Du. Ja. Du. 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 Wenn man nicht nachguckt, was es hier ist. Da bekommt man eine mehr und bei jeder Aufladung wird der Schüssel eben auf Stärkung stärker werden. Sowohl das Element als auch der Schaden, den man macht. Was bei Standardwaffen nicht unbedingt zu viel ist, was man so allgemein nicht ins Wasser... Nein, bei dir! Oh, sehr schön. Das geht noch. Gewichtswahl ist kein Wasser, da darfst du liebend gerne hin. Warum habe ich Sushi-Fische? Was will ich mit dem Dreck? Außer Sushi herstellen, ich weiß. Steht ja im Namen, was ich machen kann. Ach. Au. Er wird doch endlich mal wieder wütend. Na, hey, hey. Vielen lieben Dank. Ach, Mann. Es ist einfach nicht schaffend, ihn abzumäumen. Das bringt mich immer wieder um. Immer wieder auf sie. Aber gut, ich kann euch sagen, der Stream läuft immer schon mal gut. Das ist schon mal etwas Schönes. Das war meine größte Sorge, dass ich jetzt beim Stream an sich irgendwelche Probleme habe. Aber der sieht ja sehr gut aus. Also, so viel wie ich halt in meinem Leben halt ausholen kann. Die 480p. Ah. Leute, ich brauch euch. Ich hab zwar, also sollst du demnächst mal endlich wieder einer kommen, der Gampen spielen will. Und kann. Ich brauch euch. Ganz, ganz, ganz dringend. Und zwar so schnell wie möglich. Ihr habt endlich mal die Chance zu beweisen, wie viel geiler ihr seid. Ja, aber die vielen Videos waren gewollt, weil ihr immer alles schreibt. Ich bin besser als du. Kommt echt selten, dass mal einer meint, oh, bist du geil. Wenn du geil bist, bist du halt geil. Na, Pusse kommen auch, moin. Allerdings, give a fuck und bleib liegen. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn einer der Brophi-Jäger jetzt mal Brophi-haft nett ist und mir mithilft. Oh, nee, 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 nee. Mein Freundchen. Ich lasse auch in der schönen Ruhe. Und zwar ist echt doof. Ah. Okay, bis dann. So, und jetzt sind wir gerade letztendlich mit Spons, Spons am Kopf. Meine Mutter ist jetzt auch gegangen. Was ihr vielleicht gehört haben könntet. Okay, das ging dann nicht. Ich dachte, wäre eher in der Hand gewesen. Es stimmt, ich merke es auch gerade wieder, wenn man nicht weiß, dass der Brophi-Schaden macht, dann scheint es ja auch wirklich fein zu machen. Weil man so lange halt die Monster braucht und die nicht wirklich irgendetwas von Reaktion zeigen. Aber ihr seid versichert, der da wird bald den Geist aufgeben. Und gerade nicht, wenn ich mit den Angriffen öfter treffe. Öfter und besser. Harder, better, faster, stronger. Du, 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 du. Endlich. Das hat aber jetzt auch gedauert. So, nicht nur Spons, Spons Schwammkopf, sondern auch Spons, Spons Brüllkopf. Okay, dann kann ich jetzt nochmal ein paar Reaktionen schlucken. Wenn ich denn die richtige Taste drücken würde. Wir haben einen neuen Zuschauer. Herzlich willkommen hier. Du da, der du bist, wenn du mitspielen willst und mitspielen kannst. Ich brauche, wie du gerade siehst, eindeutig deine Hilfe. Dann einfach in Lobby Help 13 geben. Ja, Help 13 war es. Mit Lobby 1. Und dort müsstest du sie nur streamen finden. Und dann bitte mir beitreten. So weit wie irgend möglich. Okay, das geht dann eben. Nein, nein, Treffer. Ich würde gerne mal wissen, was ich für eine Trefferwahrscheinlichkeit für den Bogen habe. Sie wird noch nicht allzu hoch sein. Yay. Da war eine Wasserwolke. Ausdauernsträger. Austrahregeneration runtergesetzt. Perfekt für Bogenkämpfer. Das muss ich jetzt mal so sagen, wie es ist. Oh, 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 oh. Diesmal hast du mich nicht angehört, mein Freundchen. Der Angriff hat mich schon zu oft umgebracht, dass er sich nochmal wieder getroffen werden will. Kannst dir aber sicher sein. Okay, kaffee ich jetzt so an, dass du lieber bist. Ha? Was hast du davon? Ne? Wenn du mir die Ausdauer runter machst, dann greife ich halt im Nacken an. So einfach ist das. Arsch. Eine fliegende Umarmung. A.K.A. Bodyjack. Der Angriff trifft mich auch immer wieder. Das war schon in, ja, anderen Spielen so. Und ich brauche mal die Aufsichtslösung einfach zu viele. Dass er einfach mal eiskalt die Wasserball genau auf mich stellt. Und ich da eiskalt auch noch reinlämme. Es ist so kalt hier, ich glaube, es hat den Kühlschrank offen gelassen. Und ich habe ja gleich Frostballen. Ich nehme noch einmal eiskalt zu haben. Ja, sehr schön. Und auch beinahe sehr gut getroffen. Aber da wir immerhin schon den Hals kaputt gemacht haben, sollte er auch bereits anfangen zu tunkeln. Also das ist natürlich keine Indikator dafür, dass der Hals kaputt ist, dass er bald zu tun wird. Aber das hätte ich auch auf jeden Fall schon schade gemacht. Also, und wer pinkelt denn hier neben mir? Boah. Ganz schlecht, wenn man dann selber denkt, auch aufs Kürze zu müssen. Und wieso ging der Schuss daneben? Der hätte treffen müssen. Aber zumindest die Richtung und die Reichweite kriege ich langsam raus. Das ist sehr erfreulich, finde ich. Das ist halt ebenso wie bei sehr, sehr vielen Dingen im Leben. Übung macht, bekanntlich, zum Beispiel. Nicht wahr, Spongebob? Das siehst du doch genauso. Ja, da stimmt er mir sogar nitten zu. Wie schön ist das denn? Also ich habe gesagt, du rumpelst. Du hast mir mal gefehlst auf mich, wenn ich dir sage, dass du rumpelst. Also, so eine Arroganz von ihm. Und dadurch gehe ich schon so nicht unter Wasser. Schade. Okay, dann haue ich mir mal die noch schnell mit rein. Äh, Ration brauche ich noch nicht. Aber Farbball. Obwohl, wenn ich sterbe, bin ich eh weg. Ach, nee, 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 nee. Das gefällt mir absolut nicht. Oh, ein Mondfisch. Den habe ich schon erlegt. Das war meine erste Quest im Dorf. Also, im Wald. Dörflerbücken von Junior. Habe ich mit Bravour gemacht. Ja, könnt ihr mir glauben. Und ich mag den nicht im Wasser. Vor allen Dingen, wenn die zwei Kollegahs, die da mit dabei sind. Nee, 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 nee. Okay, er ist gerade etwas langsamer. Okay, er ist ja auch nicht wild. Und er scheint Hunger zu haben. Ist ja... Oh, nee. Ich mag euch auch. Er ist sogar so unwillt, dass er ruhig ist. Was für ein geiles Szenario. Und gegen dich verliere ich die zu mischen Rollen. Hier, warte, du hast dich gewollt und dadurch bin ich gestorben. Das ist blitzig, aber für einen Unterschied. Erinnert nichts daran, dass du mich nicht nochmal töten wirst. Dafür sorge ich. Mit meinem Bogen. Nennst mich einfach Legolas. Junior. Bitte, Junior. Wir wollen den alten Legolas nicht beschehen. Das wäre besser für uns alle. Wenn wir nicht irgendwann mit einem Pfeil im Auge aufwachen wollen. Wäre es besser, wenn wir Legolas nicht beschehen. So, ne. Siehst du doch genauso. Ist doch schön. Ist auch ein bisschen komisch, wo das Handvisieren hingeht. Er scheint nicht auf den Kopf zu gehen. Was zumindest für den Bogen schützen irgendwie logisch wäre. Sondern auf den Bauch. Okay. Das Herz ist auch eine schöne Stelle, um einen Pfeil drauf zu feuern. Theoretisch Instant Death. Aber, Kopf wäre mir bei dem Monster lieber. Obwohl ich den schon doppelt gemacht habe. Ich könnte ja versuchen den Tail zu cutten. Das geht nämlich auch mit Bogen. Mit dem A-Angriff, also dem Zuschlagen, das ich schon ein paar Mal gemacht habe. Es wird nur drauf erwacht. Ich bin wieder zum Leben erwacht. Und zwar nachts im Museum 2. So. Ich direkt vor dem Deck nicht treffen. Also ich bin schon ein besseres Sniper als er. Wenn ihr wollt wissen, wer ich bin. Man nennt mich so, der Kind. Ich verfehle niemals hier. Weiß ehrlich, unter dem Motto würde ich das Netzplay auch gerne machen. Ich verfehle niemals hier. Aber dafür habe ich bisher einfach viel zu oft daneben geschossen. Das muss ich leider zugeben. Ja. Einschlag mit der Pfote durchs Wasser. Ganz elegant. Ganz, ganz super. Oh. Ja gut. Ich nutze beim nächsten Mal eine andere Waffe, um zu sehen, wie die funktionieren. Es gibt ja nicht nur den Bogen neu hier. Da haben wir auch noch das Hunting Horn, die Doppelklingen. Und. Was haben sie sonst noch mit übernommen? Ich weiß, dass es sehr viel neu gibt. Es gibt nämlich zwei volle Seiten. Nur Waffen. Die gab es ja nun bei Try nicht. Auch wenn ich sie gerade nicht alle aufzählen kann. Oh mein Digger. Siehst du genauso aus, was nicht schlimm ist. Sehr schön. Oh, was für ein Team antrifft. Der eine reicht aus und der andere greift nicht an. Sie haben mehr Skill als ich. Das ist nicht gut. Gut. Ach so. Gäu. Nicht gut. Nein. Vielleicht. Das ist ja. Erfunkelt. Na, endlich haben wir Quest No-1 beinahe abgeschlossen. Ich habe allerdings keine Heike gestimmt mehr. Oh, nicht gut. Gut, ich habe noch den Minions zweifeln. Könntest du mal aufhören, mir mit deinem Kopf eins über die Rübe zu hauen? Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, schreit bloß noch ein bisschen. Es werden deine letzten Schreie sein. Wenn ich nicht gerade in deinen Angriff reinrolle. Beziehungsweise ist es schlimme. Oh, das ging gerade schön nach unten. Das gefällt sehr gut. Ja, und ich weiß, dass ich von keinem Angriff mehr getroffen werden darf. Weil nur direkt so viel Schaden gemacht hat. Also immer schön in Bewegung bleiben. Immer Ausdauer behalten und nicht zu aggressiv spielen. Nicht, dass er sich nochmal aufrafft und dann doch nochmal den entscheidenden Schlag von sich gibt. Ich meine, ich habe noch nicht mal Cha-Cha. Also ich kann selbst offline nicht zu zweit spielen. Ah, das war ein schöner Zucker. Eine Schreise-Zucker in meinen Ohren. Ich glaube, wenn ich es nochmal schaffen würde, dass er sich hinlegt, wo ich die Beine schnappe, hätte ich auch nochmal eine beste Chance. Und mir gefällt es nicht, dass er jetzt lütend wird und meine Ausdauer so stark den Entreden neigt, dass ich doch lieber mal kurz nicht schieße. Oh, dass er gerade so schön ruhig ist. Und ich sehe gerade, von wem die kleinen Betroffenen sich die Stupse abgeguckt haben. Natürlich von dem Großen. Der kommt auch immer an, geschwommen und will mich anstupsen. Ich bin viel auf Facebook unterwegs gewesen, aber wie. Okay, es war zu wenig gedreht. Und sich halt an Land doch etwas schneller dreht. Was für ein Wunder. Ich habe fast nicht draufgekommen, dass er sich an Land schneller umdrehen kann als im Wasser. Alles ist schneller an Land außer Wassermonster. Die sind im Wasser schneller. Und jetzt wird es richtig gefährlich. Wenn ich sagen, jetzt wird es richtig gefährlich, dann wird es auch richtig gefährlich. Alter, stirb! Bitte, einfach nur tot und kippen. Da haben wir beide keine Probleme mehr miteinander. Absolut gar keine. Ich hätte jetzt nicht gerne, dass meine allererste Quest so endet. Ich hätte schon gerne ein bisschen Selbstvertrauen. Ich bin mit von... Ich schaffe immerhin ein Monster. In Jäger H1. Immer noch. Wohl. Gemerkt. Ich schaff es aber auch nicht einmal umzufallen. Scheint sehr standhaft zu sein im Wasser. Nein! Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Dass es schon auf Jäger 1 so spannend wird, hätte ich nie gedacht. Nein! Mann, ich hasse dich. Ah! Erfolgreiche Quest zu Ende gebracht. Kein Fortsetzen mehr möglich. Leute, Leute, bitte, bitte. Ich brauche Hilfe. Von euch! Und das kommt auch noch auf YouTube. Seid ihr jetzt nicht einfach nur weg? Nein! Das wird auch noch veröffentlicht. Ach, shit. Mir in die Eier. Zu meiner Verteidigung, ich hatte keine Heilgegenstände. Fortschritt speichern. Ne, das muss man nicht speichern. Nicht zwangsweise muss das jetzt gespeichert werden. So, Verbindung. Warum wurde die Verbindung getrennt? What the shit? Ähm. Das ist jetzt doof. Neko, komm mal her, ich muss in Wörtchen mit dir reden. Warum trennst du hier meine Verbindung, Freundchen? Das ist nicht gut. Ähm. Nicht einfach so Taverne gehen. Prüfe drahtlose Verbindung. Ach, drahtlose Verbindung. Das heißt, das hier ist dann, wenn man... Ladenmodus spielen will, ne? Also jetzt könnte ich mein 3DS rausholen und damit zocken, ne? Gut zu wissen. Ne, 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 ne. Dann kommen wir mal her. Hier wollte ich nicht hin. Netzwerkmodus. Ja. Hündung drin. Ich will jetzt aber auch nicht online mit anderen spielen, weil die könnten dann meinen, dass ich zu schlecht für die bin. Und das würde mir allgemein mal so nicht gefallen. Weil ich bin halt, wie ihr seht, nicht gerade geil. So. Aber. Dann, weil eh keiner von euch mitmachen will, anscheinend. Das haben wir noch nicht in den Chat gesehen. Also wollen doch. Ja, das habe ich gesehen. Aber keiner mitmachen kann. Gehen wir einfach mal auf Neuling A. Ne, B. Weil Neuling A sind 4 Mann. Das heißt, der Lobby ist genau voll. Hier muss irgendwo Platz sein. Okay. Lobby 1. Neuling B08. Verbundnesspieler 8. In den Raum getreten. Äh. Jeder ist willkommen. Okay. Raubinformationen werden abgerufen. Hoffen sie ist dann noch irgendwo ein Platz für mich. Ein Platz für einen einsamen Bobenschützen, der nicht weiß was er mit sich anfangen soll. Wechsel zu Onlinehafen. Jo, sie sind auf Quest. Geil, ich habe mein Mikrofon ausgemacht, damit ihr mich jetzt die ganze Zeit labern hören müssen. Ey Nemesis! Das passt. Marvin und Erza. Okay, bis die wieder da sind, könnte ich nochmal eine andere Quest probieren. So, Stufe 1. Ne, warte, ich kann jetzt halt meine Waffen ändern. Das geht. Hier nicht. Okay, dann hier eben nicht. Oh, da ist nur der eine auf Quest und der Rest nicht. Ah, der Rest ist nicht auf Quest. Da war gerade einer. Geil. Ich will trotzdem meine Waffe weg, obwohl es lief eigentlich ganz gut. Ich will Waffen kaufen. Also. So, Tränke zum Beispiel. Gibt's nicht. Gibt's nicht, gibt's nicht. Ne, geht nicht, gibt's nicht. Egal. Gibt's nicht, will ich auch nicht hören. Kann ich hier dumm sammeln? Ja. Ja. Er scheißt aus seinem Gesicht. WUHUUU Ähm, ne mit dem will ich nicht reden. Hier muss es doch irgendwo einen ganz normalen stinknormalen Laden geben, oder? Sonst hab ich mir eben 10 Krautiehallen auch ein bisschen. Und die Fassmob-Mail mal lieber nicht. Kann ich mir sonst ne bessere Waffe kaufen? Das wäre auch schon mal ganz cool. Das lese ich mal nicht vor. Ich will mich grad noch bisschen beeilen. Ne hier kann ich schmieden. Schmieden kann ich auf jeden Fall nicht. Ähm So, kaufen Waffe. Oh, ich hab glaub ich Sprach. Meine Batterie ist fast leer. Och nein Nicht jetzt. Rechte Armbrust, schwere Armbrust, Bogen. Jägerbogen 1 Das ist den ich jetzt hab. Okay. Gib eine Vorlage ein. Nein, ich will nicht chatten. Ich hör aber auch nicht, wenn ich das hab. Okay. Ähm, zur Taverna. Ich glaub das war, das war eine Sprachnachricht. Zumindest war es den anderen so. Ähm. Ich hab keine Kurznachricht. Ich hab keine Freunde. Ich hab keine Freunde. Oh, hi Marvin. Ähm. Bock, Marvin? Auf ein kleines Duell? Na Marvin? Komm ran auf den Mäler. Ich zeig dir wie der stärkere ist. Ich weiß nicht was ich machen muss. Drei. Zwei. Eins. Ich drähe aber die Sticks. Aaaaah. Komm schon. Nein, 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 nein. Jaaa. Uh, Tschakalaka. Hoho. So läuft das. Mein erster Sieg. Oh yeah. So, dann machen wir mal eine Quest. Ähm. Und zwar machen wir jetzt mal das Spiel mit dem Feuer. Gute Reise Ratio Farm Hier müsste es Tränke geben So, ich lese gerade einen neuen Kommentar So was wie keine Tränke würde mir wohl nicht passieren Ich bereite mich vor Nur bin ich halt Hab zwar verfallt Also er hat zwar Fallen dabei und vergisst die Bodensbomben Ich weiß jetzt nicht, dass es WUMM ist Aber ich denke, es ist für mich an mich gerichtet Ah, jetzt haben die Quest angenommen Sehr schön Nein, warte Ich will kaufen Hier gibt es auch keine Tränke Ach, fuck you Ja, ich komm ja schon Mensch Chatprotokoll LGG, good job, thanks job My weapon is too short Needed again, yes, I'll use Switch X Komm ich auch irgendwie weiter runter? Ne Oh, der ist es bereit Marvin Marvin, komm zu uns Ich muss immer wieder gucken, dass mein Mikrofon auch wirklich aus ist Als Anfang wäre das ziemlich kacke Ne Rattalusrüstung Oh, ich denke, das wird einfacher als das zuvor Essen, äh, Essen ist gut Ähm, Mahlzeit essen Mahlzeit Moos, Schwein und Salzmilch Jo, wird schon fassen Ja, hauen wir mal ordentlich rein hier Ne Ne Perfekte Harmonie Oh, ich wusste es Auserhöhung Angefahr Schaut schon zum Abwehr Und, ja Zur Quest Das DUDU Kann vor allen Dingen aus meinem Pad DUDU Und, wie ihr leider nicht seht Aber ich sehe, mein Akku ist wirklich gleich her Das heißt, es wird die letzte Quest sein, die wir machen Danach muss ich erstmal aufladen Ja, da rennt sein Lämmel, es ist schon los Nehmen wir mal die Liftbeschichtung mit Beststeine, natürlich Was noch was sonst Okay, da braucht es scheinbar nicht Nehmen wir nochmal Ratiofarm Und natürlich Farbbälle Ähm Das gebe ich hin Zack Boom Bang Und Guru Beko Wo ist der Guru Beko Okay, Marvin wird es wissen Marvin wird es wissen Ich bin der Ne, ich bin nicht der Einzige, der sich verteidigung genommen hat Jeder außer Warte, da hat er vergang Jeder außer Marvin hat Angriff Hoch Okay Marvin wird es wirklich wissen Ja Alle anderen Gehen auf und schaffen das in der Zeit ewig Lassen wir Angriff machen Nur Marvin Der will Verteidigung Mit seinem DS Ähm Ich könnte mal ein bisschen grillen in der Zeit So Mein Freundchen Bam Erster Schlag schon mal getroffen Und wir haben schon die ersten Dinger kaputt Ne, warte Der hat den Die Bombenwaffe Von der habe ich schon mal gehört Shit, nein Da trenne ich meine Freunde Da muss ich aufpassen Ähm Das ist nämlich schon bei den anderen Teilen so gewesen Wenn man diesen Angriff von oben macht Den ich die ganze Zeit machen wollte Weil der besser ist Dann haut man seine Freunde aus dem Angriff raus Das ist natürlich nicht nett Und auch sehr kontraproduktiv Wenn man sich so die Stärken der Waffen mal vergleicht Die nächste Seite ordentlich getroffen Ohhhh Die hauen rein Dann Okay, die wollten wahrscheinlich Unbedingt Die Dinger kaputt machen Ja, ganz schlau Zauber zu schießen Nice Ähm Ich weiß noch nicht, wie ich schreien kann Das kann ich auch Good job machen Der home fällt schon Oh, what the shit Nein Ach, verdammt Hätte ja klappen kommen Okay, hier komm ich das schon mal an Äh Ja, auf geht's Alter Okay, es ging dezent schneller Dann muss ich jetzt mal zustimmen Ich werde, ich komm nicht mal rechtzeitig rein Also jetzt mal ernsthaft Guckt euch die Typen mal an Der ist auf keinen Fall Jäger ran Zwei, eins Ja doch Der muss jener rein sein Aber der hat halt eben Stärkere Waffe Ich hätte eigentlich liebend gern Ne Dann warte Chat Nee Wie kann ich Kurznachricht Wie kann ich Wie kann ich schreiben Ach, Chat GG Ich glaube Den könnte ich mich auch ein bisschen hochbuffen Aber das will ich ja eigentlich nicht Ich will das Ding ja so eigentlich nicht machen Yay, Scheibomben Dance for me, bitch Dance for me Au Scheiß rauf Dance Aua Was hab ich dir denn getan Ich hab dich doch nur angetreten So nicht, mein Freundchen So nicht Oh yeah Okay, meilen weiter neben Aber das lassen wir jetzt mal Beiseite Okay, so läuft's Wenn man sich starke Leute sucht Ähm Aber ich werde hier wieder rausgehen Also ich nehm die Dinger mal noch an Ich mein, ich verschmiere ja nichts Was ich hier jetzt so mal kostenlos bekomme Uwe Bette von Leben Wurde Galerie hinzugefügt Wuhuuu Ähm Fortschritt speichern Jetzt können wir mal speichern Wie gesagt Das war erstmal die letzte Quest Ähm Ich lag mein Gamepad auf Und danach können wir mal weitermachen So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag Achso Das sind keine Questzeichen Das ist einfach nur gemutet Geht klar Ähm Dann war doch Thank you Guys and Girls Weil wir sind ja ganz nette Leute Und dann haben die uns ja geholfen So Thank you guys and girls One more Naja Aber ich Äh ne Mein Bett ist gleich leer Das heißt Tut mir leid Mehr kann ich nicht machen Okay Ja dann macht ihr mal Ich Neckersklinge Schnellreise zum Wurfen Moga Ja Da Ich muss ehrlich sagen Ich bin fast schon ein bisschen enttäuscht Dass Äh Keiner mitgeschwittert Aber gut Wir sind Ich denke in einer Stunde Werde ich ungefähr wieder weitermachen Bis dahin Jo Lass ich mein Pad laden Und mal sehen wie es dann weitergeht Ich glaube ich werde mal mit einer anderen Waffe spielen Obwohl Steak Es lebe eigentlich ganz cool Mit Kraftbeschichtung hätte ich den Typen auch hingekriegt Mit Giftbeschichtung Mit Schlafbeschichtung Mit Leidbeschichtung Dann wäre der Neutrophen eine Möglichkeit gewesen So Aber Trotz dass wir jetzt eine Zuschauer bekommen haben Werde ich ganz kurz Pause machen Wir sehen uns dann wie gesagt eine Stunde wieder Adios Amigos Auf Wiederhören Bis bald Bis bald